Hallo, ich bin Roland Walde. Wir sind hier im Parque Guasug, ein neuer Park, der an diesen Tagen hier eingerichtet wird. Und wir als Chacomer helfen in der ganzen Abteilung von Fahrräder hier. Wir erwarten heute den Präsidenten, der hier eine Runde mit einem Scott-Fahrrad machen wird. Und hoffen wir, dass es wirklich ein schöner Park ist für viele Leute, die Fahrrad fahren wollen. Und auch für andere Leute, die gerne rennen. Wir sind froh, dass wir hier mit euch zusammen können sein und laden euch ein, dass ihr auch hierher kommt nach Paraguay, um diesen schönen Park zu genießen.